Und dann fangen wir mal an, in das Hauptgebäude mit reinzugehen, wo das Tunnelsystem ist. Ja, willkommen in meiner Welt. Hier liegen lauter Beipackzettel, hätte ich fast gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, es sieht aus, weil Essig macht ja einen Hinweis, dass das vielleicht in der Autoindustrie war. Zwar eine Tankstelle sieht so aus, aber auch eine Getränkelagerung. Ja, es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Auf solche Weise wird das Maß des Tankens einmal zum Genuss. Steht auf der Karte drauf. Süßmust ist süssiges Obst. Schatzi, ich glaube nicht, dass wir nur nach mir gucken könnten. Nach Süßmust, vielleicht im Internet. Ja, vielleicht könnt ihr uns ja helfen und Sachen über diese Salzfabrik zusätzlich herausfinden. Wir würden uns freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Also wenn ihr was wisst, ab in die Kommentare. Wenn ihr wisst, was das mal gewesen sein sollte, wo ist, was das ist oder was das war. Beziehungsweise wenn ihr mehr darüber wisst, vielleicht könnt ihr uns helfen und informieren. Wir würden uns sehr gut darüber freuen. Die Autos, die man hört, sind auf der Straße, die direkt schräg gegenüber ist. Deswegen nicht wundern, wenn wir zwischendurch mal ein weniger ruhiger werden. Lass das einfach mal auf euch wirken. Wenn ihr ruhig sind. Jetzt bin ich auch mal gut. Für sie ein bisschen ein, aber auch gut. Und wenn ihr es auch so mit oben habt, lasst euch das einfach mal auf euch wirken. Wie empfindet ihr das? Wie gut geht's? Aber wenn ihr es gerade auf die Straße zieht, war auch cool. Wie findet ihr die da auf dem Schwerpunkt? Wie geht's hier? 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 Wie geht's? Wie geht's hier? Wie geht's hier? gehört, die von oberhalb kamen. Da wir ja nicht an Geister glauben. Denken wir mal, dass da Steine sind durch den Wind. Ich werde einfach mal hochgehen, weil ich ein ziemlich dummer Mensch bin. Ach ne, neugierig war das Wort, was mir fehlte. Wie ihr sehen könnt. Ich werde mich gleich wieder bei euch melden. Okay, ich bin auch wieder dabei. Wir gehen jetzt mal hier lang. Wir haben hier ein super Zimmer mit Blick aufs Grüne. Ich werde auch nicht weiter gehen. Wir haben hier die Duschen. Auch sehr interessant. Leitung, Heizung. Vielleicht Heizung und vielleicht auch die Abzugsauber. Weiß ich mal. Hier waren viele Regale. Hier sind noch ein paar Schuhe. Auch sehr interessant. Und ein paar Samotten. Ein Quittungsblock. Ja. Ja. Ich habe hier. Ja. 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 Ja.